Tragend. Tragend ist das Partizip Präsenz von Tragen. Wer Lasten auf sich lädt und diese transportiert, der trägt diese Lasten. Und so kann man die Last des Lebens tragen. Wir brauchen aber uns nicht zu viel Sorgen zu machen, dass wir zu viel tragen müssen. Es heißt so schön, Gott gibt einem nur so viele Aufgaben, wie man tragen kann. Oder es gibt auch ein Kirchenlied, das sagt, dass Gott uns Lasten auf unsere Schultern lädt und uns mit unseren Lasten trägt. So können wir sagen, letztlich Gott ist der Tragende und Gott ist das Tragende hinter allem.